Moin, ihr Felldosen! Wir sind die Pyro-Friendly Pets und heute ist Weihnachten und noch sieben Tage bis Celeste. Du, ihr Schaf, warum liegt hier Stroh? Na, weil wir heute das traditionelle Weihnachtsböllern mit einem Klippenspiel erklären. Dann geht's mal los. In der Nacht zu Weihnachten ist in Bethlehem, das ist irgendwo ganz weit weg, der Heiland geboren. Die Könige aus dem Morgenland wollten das Kind in der Krippe sehen. Sie hatten einen weiten, weiten Weg und es war ganz, ganz, ganz dunkel in der Nacht. Und vor Schakalen und Wölfen konnten sie sich nur schützen, indem sie permanent mit Böllern warfen. Ah, und das fanden dann alle so cool, dass sich das als traditionelle Weihnachtsböllerei durchgesetzt hat. Genau, genau, genau. Jetzt schnappen wir uns ein paar Böller und gehen Wölfe vertreiben. In diesem Sinne, Spaß statt Frust, Silvesterlust und schöne Weihnachten euch allen. Und schönes Weihnachtsböllern. Tschüss.